so damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen let's play wir spielen the little acre ein point und click adventure ja ich glaube man merkt schon es wird viel los sein auch diese kleinen details finde ich wirklich super hier zum beispiel diesen gartenzwerg oder da hinten ist noch mal ein vögelchen da steckt glaube ich wieder sehr viel liebe im detail und ja ist jetzt so ein bisschen für zwischendurch auch guckt mal die maus wie süß ich würde sagen wir starten gegebenenfalls muss ich da noch mal ein bisschen am sound spielen ob wir da was leiser machen müssen oder so ja und jetzt bin ich sehr gespannt okay schön düster aber so schön ein portal okay aber sie ist alleine wo ist der mann da war noch jemand okay leiter hose stiefel also er will sich anziehen okay da kommt er da kommt er nicht ran vielleicht erst die stiefel ja klar er gibt sinn das hemd da könnte man rankommen oder okay haben wir das schon mal oder stock da könnte man die hose kommen ich muss aber genau im richtigen moment wir haben also objekte und notizen ich hatte den stock was nun mit dem stock hier rüber ja dann nimm doch mal den stock und versuch es damit sehr gut ich denke mal der hund wird sich freuen oder oh gott und was mache ich jetzt mit der anderen hälfte ich behalte die andere hälfte mal ok ich bin angezogen kann ich dann jetzt ah der pullover fehlt noch was mache ich dann mit lilly soll ich ihm die andere hälfte vielleicht auch noch geben ok muss er sich verdienen ok muss er sich verdienen und mit dem stock komm wir schlagen den hund ok aber jetzt komme ich da nicht mehr hin ja vielleicht nochmal mit dem stock aber das ist schon sehr weit aber warum kann ich denn jetzt nicht aufstehen ich habe doch sonst alles an ja ne ich meine irgendwas ist ja auch noch mit der leiter aber was einfach so oft die leiter ich meine alles was wir machen können wird ja angezeigt das ist auf jeden fall schon mal ein vorteil aber ich kann halt nichts mehr machen das einzige was wir jetzt noch haben ist eben dieses halbe sandwich was ich was ok na gut dann bekommt er halt jetzt einfach sein stöckchen zurück ok ich muss also mit dem stock in der hand warten bis er den mund offen hat ok aber scheint für ihn ok zu sein alter was ein tollpatsch auch süß dann mal los dann mal los ist mein vater der ältere herr aus dem intro wäschelein lilly stress was hängen von der line den need to take it down for ok ok töpfe und pfangen ok da geht es wieder hoch afas zimmer was haben wir denn hier die dritte 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 Sie kommt da trotzdem rein. Wir schauen mal kurz nach draußen. Oh, da ist wieder die Maus. Gibt es jetzt auch Explosionen? Der Gartenzwerg. Wie schön. Erstmal nach Post schauen. Dear Aiden, thank you for your application. Eine Bewerbung bei Boyle and Sons. Aber leider haben wir keinen Job für sie diesmal. Wir sollten es vielleicht bei diesem neuen Damm mit unserem Vater versuchen. Viel Glück, bla bla bla. Okay. Strange lights. Oh, das ist ein Paket von meinem Vater. Arthur. Es geht also um irgendwelche Kristalle, die anscheinend irgendeine Kraft haben. Aber Papa ist eben verschwunden. Kann ich damit irgendwas machen? Ne. Fahrrad will ich gerade nicht. Weg in die Stadt will ich auch nicht. Ich gehe mal wieder rein. Wir schauen uns. Oder warte vielleicht erst hier den Traktor. Na gut. Scheint also bloß Deko zu sein. Oder war noch dieser Stein? Ich will trotzdem erst mal das Zimmer meines Vaters. Ah, Dad. Wo bist du? Was ist das für eine komische Maschine? Dad hat seine eigene Generator für die Arbeit zu machen. Wie mit seinen anderen Erinnerungen hat er nur versucht, zu erklären, wie es funktioniert. Es sieht aus, dass es etwas ist, aber ich habe herausgefunden, was. Die Noten indicierten, dass das Wasser durch den Funnel aufzunehmen könnte. Ich glaube, die Maschine würde nicht ohne Kühlschrank funktionieren. Mal sehen. Oh. Tatsache. Drei Pfund. Und es leuchtet mit 5 Ohm. Also 3 Kilo und 5 Ohm. Das Label auf der Seite indikierte die elektrische Resistenz des Krystals. Drei. Und 5. Jetzt brauchen wir halt noch Wasser. Das ist ja interessant. Ich muss sagen, einige von Dads Erinnerungen sind wirklich inspiriert. Oh, so was muss ich auch haben. Eine Maske. Ich muss nicht stoppen, wo mein Vater die Maske oder warum er es wollte. Ich war ziemlich sicher, dass ich es zu gutem benutzen konnte. Oh, cool. Oh, wie haben die jetzt? Schön. Lilly's Bär. Lilly ist meine Tochter. Also, ich bin er hier. Und wir suchen meinen Vater, also Lillys Opa. Oh, wie süß. Dann vermisse ich also praktisch ihren Opa. Ich mach mal wieder Licht an. Aber das sieht dann auch wirklich aus, als wäre Nacht draußen. Sehr, sehr cool. Ja, kann halt mal passieren, dass man sowas vergisst. Wir brauchen irgendwoher Wasser. Vielleicht mit diesem Krug. Dankeschön. Ja, nicht nur für das Frühstück. Sehr gut. Der liegt da einfach nur rum. Hier ist Wasser. Zum Beispiel. Oh, wie praktisch. Das ist cool. Und was ich mich dann auch frage, wo ist meine Frau? Die muss ja irgendwo sein. Ein Transmitter. Ich habe nur noch nie gesehen, dass der Transmitter aktiv ist. Auf ein paar Mal. Während dieser Zeit, hätte ich die Tür festgelegt. Oh, ich sehe eine Wasserpumpe. Die könnten wir gebrauchen. Oh, das ist schon schön gemacht. Okay, da steht er also einfach nur rum. Dafür habe ich den Krug. Dann pump mal. Och, komm. Der Pump-Handell hat geschnitten, leaving only a small section of the protruding from the pump. It was going to take something heavy, to force it down. Ähm. Ja, habe ich gerade nicht. Wie wäre es denn mit dem Stumpf? Es ist ein solches Block of wood next to the pump. Nee. Schuppen, Schuppen, Tür, Empfänger. Der Receiver, die mit dem Stumpf hat etwas von dem Transmitter bekommen. Was hat sich dann verraten, um die Stumpf mit dem Stumpf zu移ern, um die Stumpf zu移ern? Äh, ich hatte keine Ahnung. Manchmal habe ich gedacht, dass der Vater eine Kontraptung zu seinen Kontraptungen hat, um mich auszulassen. Okay. Schuppen, Schuppen, Tür. Ich mache mal erst Schuppen. Das ist natürlich nicht gut. Vor allem schon seit Tagen. Ne, dann spring da mal mit Schwung dagegen. Vielleicht mit der Klinke. Hebeln. Na siehste. Vor allem sie ist von innen blockiert, aber schwingt nach außen auf. Hä? Sehr dunkel hier. Die Lichter in der Schuhe kam nur, als der Vater der Generator rief. Ich habe nicht herausgefunden, wie es funktioniert hat. Es war nicht dein average Generator. Ich konnte gerade nichts anklicken, außer rausgehen. Warum? Die könnte ich gut gebrauchen. Nimm die mal mit. Dankeschön. Dann gehen wir erstmal raus. Wir brauchen hier drin natürlich Licht. So, pass auf. Diese Heugabel. Okay, können wir dann den Holzstumpf da vielleicht aufspießen? Cool, wir haben gerade einen Hammer erfunden. Ich bin fast stolz auf mich. Ich bin Erfinder. Dann mach mal den Generator mal an. Nee, nicht der Transmitter. Ich will da drin. Wie, achso. Habe ich nicht in die richtige Ecke geklickt. Dann ins Arbeitszimmer. War da gerade? Habe ich gerade eine Plastikente gesehen? So, hier brauchen wir nämlich noch das Wasser. Da, das sollte es cool sein. Warum zeigt er jetzt nur noch einen? Drei. Ach, das ist vier. Drei. Vier. Und schon sehen wir was. Ja, kann ich das irgendwie vielleicht aufschreiben? Das sieht sehr cool aus. Ach, Sonnlicht stört, sagst du? So, jetzt sehen wir alles. Muster. Ich habe da eine Vermutung. Aber ich sehe es dafür gerade leider nicht gut genug. Jetzt sehe ich es. jetzt nicht mehr. Verdammt. Warte, ich brauche meinen Zettel und einen Stift. Das Ding ist, da sind mehrere Muster und ich würde gerne auch mehrere ausprobieren. Aber da sind auch Kreuze dahinter. Also scheinen die nicht zu funktionieren. Das sind praktisch vier mal vier Reihen. Ich zeichne mir die jetzt einfach alle mal schnell ab. da und da. Und da. Das zweite. vielleicht sind das ja am Ende noch versteckte Achievements oder so. Da möchte ich auf gar keinen Fall irgendwas verpassen. Dann probieren wir es mal. Ähm. Das war nix. Können wir bloß vier ne. Ich glaube, wir können genau fünf anmachen. Also sind die anderen schon mal raus, weil das eine sind sechs und das andere sind vier. Ich habe seinen Pin geknackt. Und ich würde sagen, was auch immer wir da gerade gemacht haben, finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dann jetzt noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und Ciao, ciao.